2 Minuten 40 Sekunden. Jetzt können wir nach Hause gehen! Wir sind noch nicht von hier! Zum Glück war die Taste ein bisschen größer Giga ist bei der Seite. Ist er tot? Nein, 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 nein. Ist er tot? Jetzt ist er tot. Oh, 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 ich muss da durchrennen. Einfach durchrennen. Einfach vorbei rennen. Das ist kein Problem. Also ich kann sie ignorieren. Dann kann ich mir die Munition sparen. Ist hier noch irgendwo Loot? Okay, wir werden raus hier! Hehehe, Peppy! Du möchtest thrill rides? Ich liebe es! Du musst das lieben! B... Okay, ich drücke einfach mal B. Uah! Moment, Moment, Moment! Uah! Vorsichtig, vorsichtig! Ich glaube, ich habe da was mitgenommen. Wuiiii! Hier ist ganz schön viel gerümpelt. Vorsichtig! Was jetzt? Ah, 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 ah. Nein! Vollgas! Wuiiii! Hoffentlich geht der Sprit nicht aus. Uh, fu, 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 fu. Dann... Dann... Oh, Moment! Uh, das hätte ich was verpasst. Da komme ich jetzt endlich hin. Ja! Smooth Escape! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Oh, ja! Hmm... Hmm... Mission accomplished, right? Haha. Mission accomplished. When your home's safe. Thank you for saving me. Don't mention it. You know... I could put in word with my dad. Have you assigned to my detail? If you're interested. You don't need me. You proved you could handle yourself. Even if you could use a lesson in knife safety. Come on. Let's go home. Oh! Is das das Ende? Eigentlich ja. Condor One? Bruce, Condor One. Do you read me? Come in! I said come in! Is this thing even on? Leon! Leon! Are you and Ashley alright? Where are you? Come on! Die hatte ich ja ganz vergessen. Die von der Einsatzzentrale. Resident Evil 4. Hmm... Interessante Erfahrung. Hat sich insgesamt durchaus gelohnt. Und was die Let's Play... Views angeht. Von der Reihe. Was auch nicht die... Schlechteste. Einige wenige schafften es sogar auf über 100 Klicks. Für mich ist das... Fast so gut wie zu Ark Zeiten. Also... Kann ich durchaus als Erfolg verbuchen. Mal schauen, was ich als nächstes mache. Also... Kapitel 6 war jetzt aber wirklich klein, ne? Wahrscheinlich, weil der Rest des Kapitels... Fürs Auto drauf geht. Für die Videosequenzen. Und den Regen. Settler. Amber. Und das war der Friedhof. Und das war der Friedhof. Das hat Ada mitgenommen, glaube ich. Und... Credits. Nicht ganz. Patsch. Patsch. I've obtained the Amber. Excellent. Just one question. What are you planning to do with this? I do not pay you to ask questions. All you need to know... Is a new dawn is breaking. A hundred will give their lives so that just one may live. I... Am expediting that change. So... So... We're talking millions of casualties. Billions. How ambitious. We're changing course. Well played, Ada. Well played. Well played. Well played. Well played. Well played. Well played. We're changing. We are still changing. To be trusted. We are changing. So... We're changing. From the same time... Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 German voice cast Russian Chinese 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 English Chinese Chinese Minimal Studios Bing bing Salomon Kaye, good of him Sakura Season of the Sakura German Lopez The Most Games Was ist The Most Games? Ah, sie haben das Akkording gemacht, die Aufnahmen auf Russisch BTV Japan Toho Studios The Bullet or the Blade Ich sollte vielleicht mal nach dem Lied suchen Das Outro Lied hat mir ganz gut gefallen Hat mich ein bisschen an dieses Hanelied erinnert, dass der ungefähr so ging Cause every little thing is gonna be alright Ungefähr Was ist das Flamingo? Olé Attribute de Luis Das 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 » « Shinji Shinji Kari Game Creator Syndicate Sakura Venge We're sitting with Sakura and we're taking a flywheel Quixel Capcom Let's go Bad Zurück ins Sout menu Leute, wo seid ihr? Results assisted Gute Arbeit! Das war auf jeden Fall mein, Moment, steht da, Chapter Results, Results, mein Resident Evil Field's Play, Darkest Before Dawn, Your Small Time, Smooth Escape, Unlocked Costume, Pinstripe, Back, Space, When loading MainStorySafeData from a complete playthrough, you can carry over the data and start a new game, New Weapons, but you cannot achieve an S-Rank Plus, nicht wie dieses Mal also, S-Rank Plus, ist wohl die höchste Klasse und ich habe B erreicht. Es soll so viel bedeuten wie, ja, du hast das Spiel beendet, mehr aber auch nicht. New Playthrough, Assisted, na, das mache ich nicht, aber schön, dass man es kann.